Also ein Film, der über 14 Musiker erzählen will und allen gerecht werden will, das wird eigentlich ein wildes Potpourri. Deswegen war klar, wir brauchten vier Protagonisten aus jeder Gruppe zwei, aber wer das werden sollte, war am Anfang nicht klar. Also normalerweise hat man ja dafür Vorbereitungszeit, die fehlte uns, wir hatten das nicht. Das heißt, wir sind mitgefahren und haben auch entsprechend viel gedreht, um uns die Möglichkeit offen zu halten, jeden zum Protagonisten zu machen. Am Ende des ersten Jahres hat sich dann eigentlich auch relativ deutlich herauskristallisiert, wer für uns eigentlich so die tragenden Figuren sein könnten. Und auf diese haben wir uns dann auch in der Folgezeit fokussiert. Aber letzten Endes sind natürlich trotzdem über die lange Zeit und die viele Musik natürlich auch insgesamt 100 Stunden zusammengekommen. Und aus dem mussten wir natürlich dann auch massiv und radikal aussuchen, was wir davon nehmen. Und übrig geblieben sind 122 Minuten.